Hallo zurück auf meinem Kanal. Ihr hattet es euch gewünscht und deshalb habe ich die Anleitung für die Cosimi Hose abgefilmt. Viel Spaß dabei! Ja, die Cosimi Hose ist wirklich perfekt für den Herbst. Es ist eine ganz tolle, bequeme Hose für dehnbare Materialien. Also für den Herbst und Winter würde ich sie aus Sweat oder Jersey nähen. Im Sommer habe ich jetzt auch schon eine Modalvariante genäht. Das ist auch ganz toll gegangen. Der Schnitt enthält die Größen 34 bis 48, hat einen geraden Schnitt, natürlich Taschen, und ist seit E-Book und Papierschnittmuster erhältlich. Der Schnitt ist perfekt für Anfänger, denn die Cosimi ist sehr schnell und einfach genäht und wie das geht zeige ich dir jetzt. Der vordere und der hintere Teil der Hose werden erstmal gegengleich aus zwei Stücken zugeschnitten, also zwei für die vordere Hose und zwei für den hinteren Teil der Hose. Und ich habe jetzt hier den Fehler gemacht und habe wieder den Stoff links auf links gelegt gehabt und zugeschnitten und es macht sich viel einfacher, wenn du den gleich rechts auf rechts legst und zuschneidest, weil dann liegen die Hosen, Bein, Teile eben auch gleich richtig aufeinander und du musst sie einfach nur noch zusammennähen. Und falls das nicht der Fall ist, so wie hier, legst du sie rechts auf rechts aufeinander, alles schön platzieren und vielleicht auch noch feststecken und dann nähst du sowohl die vordere als auch die hintere Hose im Schritt jeweils zusammen, also entlang dieser Rundung, da und dort. Und dann geht es auch schon los mit den Taschen und die Taschen werden als Taschenbeutel zugeschnitten und das auch gleich wieder zwei Stück, die gespiegelt sind, also quasi gegengleich sind. Die sind beschriftet mit Bruch, da wird nachher das Ganze zusammengefaltet, damit diese Tasche entsteht und die haben noch die Beschriftung Seitennaht und Tascheneingriff drauf. Genau, also die Tasche wird nachher so aussehen, dass wenn sie zusammengelegt ist, dann die Rundung unten übereinander passt und dann siehst du da oben auch den Tascheneingriff, diese Schräge. Und genau diese Schräge findest du auch am vorderen Hosenteil wieder. Das heißt, jetzt nimmst du dir die zusammengenähte Vorderhose, legst sie mit der rechten Seite nach oben vor dich hin und dann hast du oben die kleinen Ecken. Das war wohl die falsche. Genau, da erkennt man das nämlich, hier oben ist die Schräge und die passt genau zum Tascheneingriff des Taschenbeutels. Ganz schön viel Taschen in dem Satz. Genau, das ist die. Und jetzt nimmst du dir den passenden Taschenbeutel und legst ihn genau mit der gleichen Schräge rechts auf rechts an die Hose und nimmst das Ganze zusammen. Angenäht sieht das Ganze jetzt ein bisschen wild aus. Ja, das muss so sein. Ein bisschen Hose mit Flügeln. Jetzt werden wir den Taschenbeutel legen. Das heißt, einmal legst du genau die Rundung aufeinander, sodass oben eben sich die Tasche ergibt und dann kannst du das Ganze jetzt direkt an der Hose, also an der Naht, die du gerade genäht hast, nach innen auf die linke Seite umklappen. Ich mache es immer so, dass ich jetzt hier schon mal den Beutel fixiere und feststecke und die Rundung wird dann unten auch gleich zusammengenäht, sodass du eben auch den Beutel hast. Genau. Und wenn du jetzt eben alles gut gesteckt hast, gut, machen wir doch erst noch die andere Seite. Genau. Also es ist wirklich, finde ich, einfacher, wenn man jetzt hier erst den Beutel miteinander fixiert und dann eben das Ganze direkt an der Naht umklappt. Genau da ist die Naht, da umschlagen und dann siehst du eigentlich auch schon, wie sich der Tascheneingriff dann ergibt. So sieht das Ganze dann aus und du kannst es jetzt so lassen oder du kannst die Kante von der Tasche eben noch mal mit einem elastischen Stich absteppen, dort oben entlang oder mit einem Zierstich, also je nachdem, was du für ein Material und Stoff hast. Musst du aber nicht machen, du kannst das Ganze auch so locker lassen. Und ja, da kann man jetzt natürlich auch einen kleinen Akzent setzen, also zum Beispiel ein bisschen Kontrastgarn nutzen, was farblich dann zum Muster passt, um dem Ganzen so einen kleinen Hingucker zu geben. Der Taschenbeutel ist da jetzt schon zusammengenäht. Genau da unten siehst du das. Und ja, ich war wieder ganz mutig. Ich habe dann doch weißes Garn genommen und die Tasche noch mal abgesteppt. Ja, ne? Wollen wir ja nicht zu viel Farbe reinbringen. Das Muster ist ja schön auffällig. Genau. Jetzt kannst du alles schön übereinander platzieren und dann sollte sich das auch alles sehr gut legen. An der Seite, das ist jetzt Jersey, der rollt sich dann immer so ein bisschen ein. Dann sieht das manchmal so aus, als wenn das nicht passt. Tut es aber, wenn du richtig zugeschnitten hast. Da musst du dann gleich noch mal darauf achten, dass der auch schön gerade liegt. Aber auch oben siehst du jetzt, da wo die Klammern sind, dass die Tasche sich eben schön auf die Rückseite legt und oben auch vom Abschluss her sehr gut passt. Genau. Jetzt fixierst du den Taschenbeutel da an der Vordertasche, dass der da schon fest ist und alles gut und glatt liegt. Und dann geht es weiter mit dem Zusammensetzen der Hose. Ich drehe das Ganze jetzt auch gleich mal, damit du die Längsseite von der Hose siehst. Genau. Jetzt holst du quasi die Rückseite der Hose, die auch schon zusammengenäht ist, legst sie rechts auf rechts auf das Vorderteil der Hose. Und jetzt ist eben hier so ein bisschen bei dem Jersey die fummelige Variante, dass das alles gut aufeinander liegen muss und der Jersey sich da an dem Rand ja manchmal so ein bisschen einrollt. Deshalb habe ich mir das jetzt hier ganz sauber alles festgestreckt und dann wird es letzten Endes einfach nur einmal von oben nach unten aneinander festgenäht. Nun kommt die Innenseite an die Reihe. Also das sieht ja jetzt schon sehr nach Hose aus. Jetzt musst du nur auch nochmal die Innenseite schön rechts auf rechts aufeinander legen, auch da bitte gut fixieren und dann alles dort entlang einmal zusammennähen. Ich fange immer da auch im Schritt an. Da hast du jetzt die Naht von vorderer Hose und hinterer Hose, wo du beide Teile zusammengenäht hast. Und dann, also von da fange ich an zu heften und nähe dann aber einmal im Rutsch von einem Hosenbein hoch und dann wieder runter. Nun geht es mit dem Bund oben weiter und da hast du die Wahl. Wenn du die Hose gerne nicht unbedingt direkt in der Taille sitzen haben möchtest, dann kannst du einfach den Bund oben umschlagen und ein Gummi einziehen. So habe ich das jetzt hier gemacht. Wenn du es gerne etwas höher haben möchtest, dann hat der Schnitt aber auch ein Bündchen dabei. Was du eben oben annähen kannst und dort den Gummi einziehen kannst. Ich verlinke dir hier mal meine Anleitung zum Rock Frieda. Da habe ich dieses Bündchen nämlich genauso angenäht. Aber hier, das wollte ich diesmal so ein bisschen lässiger sitzen haben und habe deshalb eben einfach nur oben den Bund umgeschlagen. Das musst du ja bei Jersey oder Sweat auch noch nicht mal versäubern. Kannst du natürlich machen, die Kante. Ich habe es jetzt hier wirklich bewusst sein gelassen, weil das zwar natürlich von innen ein bisschen schöner aussieht, aber die Kante eben auch automatisch dicker wird. Ja, also. Ich habe es umgeschlagen, den Gummi erstmal abgemessen, dass der die Länge hatte, so wie ich es halt gerne vom Gefühl haben wollte von der Festigkeit. Das Ganze dann einziehen, den Gummi zusammennähen und dann das letzte Loch schließen. So sieht das Ganze dann aus. Ich bin ja auch ein Fan von Zickzackstichen. Also ich finde den sehr schön und mag das auch sehr gern, wenn der nicht allzu groß ist. Und ja, jetzt hast du eigentlich hier den Tascheneingriff und eine wunderbare, bequeme Hose. Und last but not least geht es jetzt weiter mit der Versäuberung von unten. Und da habe ich es auch einfach nach innen umgeschlagen. Du kannst da aber auch gerne ein Bündchen annähen, wenn du möchtest. Du kannst zum Beispiel auch da unten einen kleinen Gummizucker reinmachen, dass das so ein bisschen sich zusammenstaucht. Das sieht auch ganz toll aus, so Sneakers oder so. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja, das war es dann nämlich auch schon. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Tragen deiner Cosimi. Ich habe in meinem Shop auch ein passendes Nähpaket mit dem Stoff inklusive. Also der ist echt super, finde ich. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir bitte einen Kommentar da, einen Daumen hoch und du darfst gerne den Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.